Der Firmenfahrer meines Mannes sagt, Susanne Albrecht sei da. Ich erzähle meiner Schwester Renate gerade, dass Susanne Albrecht eingetroffen sei, als die drei Besucher plötzlich vor mir auf der Terrasse stehen. Ich liebte es, wenn Susanne da war. Sie war gleichzeitig tapsig wie ein Bär und lässig wie eine Giraffe. Sie hatte etwas von einem nervigen Nasenbär und einer respekt-einflößenden Löwenlady. Man sagte mir, dass man entschlossen sei, die Aktion zu machen. Man sagte mir auch, dass wenn ich nicht bereit wäre, Zugang zu verschaffen, dass die Sache dann auf der Straße passiert, es zu einer Schießerei käme, es auch zu Toten käme. Es waren deine Eltern, die bei uns anriefen und um eine Übernachtungsmöglichkeit für Susanne Waden... ...hätte meine Mutter in Erwägung ziehen müssen, dass ihre Tochter sie benutzt... ...ohne auch nur einen Hinweis oder eine Andeutung auf ihre politischen Aktivitäten zu geben. ...sie benutzt, um einen Kontakt herzustellen für ein Verbrechen an der befreundeten Familie. Ja!